Beim Erstellen von Videos für YouTube oder auch andere Plattformen hier im Internet kommt es ja doch das ein oder andere Mal vor, dass man Texte mit einblenden möchte, sei es jetzt unten als Bauchbinde unten im Video, beziehungsweise als großen Titel oder einfach nur als kleine Anmerkung irgendwo so an der Seite dran. In Adobe Premiere lässt sich das Ganze auch relativ einfach mit dem Textwerkzeug realisieren, aber wenn die Animationen vielleicht noch aufwendiger werden sollen, dann greift man doch eher zu After Effects, muss dann jedes Mal eine Komposition importieren und das Ganze in After Effects ändern. Doch jetzt gibt es die Text-Templates, die man aus After Effects exportieren kann und wie sich damit dann der Arbeitsalter ein bisschen erleichtern lässt, das zeige ich gleich nach dem Intro. Damit dann hallo und guten Abend YouTube zu diesem neuen Video, diesmal zum Thema Videobearbeitung in Premiere Pro und Adobe After Effects. Ohne lange Umschweife fangen wir auch direkt mal an und ich habe hier in Adobe Premiere einfach mal schon ein Mini-Projekt vorbereitet. Und zwar sind das hier zwei Clips, die ich auch in meinem letzten New York-Vlog mitverwendet habe. Einfach mal hier eine kleine Ansicht aus einem Shoppingcenter. Und dann auch noch hier eine Aufnahme eines Baumes, der mit LEDs beleuchtet war. Und hier wäre es auch jetzt mal ganz interessant fürs Tutorial, wenn ich einfach so Titel-Einblendungen für jede Szene hätte. Also entsprechend einen Text, der hier am Anfang mit erscheint und dann nach dem Szenenwechsel auch einen Text, der hier mit erscheint. Und dazu habe ich in Adobe After Effects einfach mal einen relativ simplen Text mit erstellt. Ja, eine kleine Animation entsprechend. Und die Texte fliegen dann hier einfach nur von links und rechts entsprechend mit ein, bewegen sich dann noch ein bisschen weiter und werden dann am Ende auch entsprechend mit ausanimiert. Zu teilen könnte man das Ganze sicherlich auch in Adobe Premiere Pro machen. Einfach indem man dann entsprechend hier einen neuen Titel mit anlegt. Allerdings ist man dann natürlich auch ein Stück weit limitiert, was die Animation angeht und auch die Gestaltung des Textes selbst dann. After Effects insgesamt ist da ein bisschen flexibler, weil man jetzt ein bisschen mehr machen möchte mit seinen Animationen. Und wenn ich diese Komposition jetzt entsprechend nutzen möchte im Premiere Pro, dann war bis zur Creative Cloud 2016, war es ja immer so, dass man für jede Textvariante eine neue Komposition angelegt hatte, wo der Text dann entsprechend geändert wird. Oder man hat auch nur eine Komposition und muss dann den Text ändern und neu speichern. Und ja, es war nicht unbedingt immer ganz einfach und teilweise auch ein bisschen nervig. Jetzt wird das Ganze dann ein bisschen einfacher. Eine Möglichkeit, das Ganze entsprechend als Template festzulegen, ist zum Beispiel, dass man hier über Komposition entsprechend das Ganze als Text-Template exportiert. Oder aber man geht dann über Datei und dann entsprechend hier unten auf Export und kann dann hier entsprechend das Ganze als Text-Template exportieren. Speichern sollte man natürlich auch noch entsprechend. Und dann können wir hier natürlich unsere Datei entsprechend speichern, an den Ort, den wir wollen, dem Ganzen noch einen passenden Namen geben. Und dann sind wir auch schon good to go. Adobe macht hier einiges an Arbeit im Hintergrund, die wir so gar nicht weiter sehen und benötigen. Und dann können wir hier einfach schon, ja, das Template, was wir hier haben, das AECAP-File entsprechend importieren in Premiere Pro. Und wir bekommen dann den Import-Dialog, den wir auch von After Effects-Kompositionen kennen. Müssen dann hier nochmal was auswählen. Adobe, das ist eine Komposition, die ich exportiert habe. Also warum brauche ich hier jetzt noch eine extra Auswahl? Äh. Aber nichtsdestotrotz, aufgeklickt. Und dann haben wir den Clip jetzt entsprechend hier und können ihn auch wie jeden anderen Clip entsprechend auf unsere Teilnahme draufziehen. Und das Ergebnis sehen wir dann entsprechend hier. Die Texte bewegen sich entsprechend vor unserem Clip hin und her. So weit, so gut. Und wenn wir diesen Text jetzt ändern wollen, dann müssen wir natürlich unseren Clip ganz einfach ausgewählt haben. Und dann gehen wir hier oben bei den Effekteinstellungen entsprechend auf diesen Master-Bereich, wo wir wirklich die Quelldatei letztendlich bearbeiten. Mehr oder weniger Quelldatei. Es ist für Adobe Premiere eine Quelldatei, allerdings ihr bearbeitet hier nichts irgendwie in After Effects. So und hier bekommen wir dann für jeden einzelnen Text-Layer, den wir in Adobe After Effects festgelegt haben, ein entsprechendes Eingabefeld und können diesen Text jetzt bearbeiten. Also gehen wir hier einfach mal für den oberen Text entsprechend auf Oculus und den unteren setzen wir einfach mal auf New York. Dann sehen wir das Ganze hier schon in der Vorschau, dass das entsprechend geändert wurde und wenn ich jetzt hier wieder mal umschalte zu meiner finalen Sequenz, dann ist der Text geändert worden und wir können das Ganze auch einmal abspielen. Okay, wir sehen natürlich, dass es nicht zwangsläufig flüssig ist, weil hier letztendlich immer noch eine After Effects-Komposition im Hintergrund mit berechnet wird und je nachdem, was ihr denn da so an Animationen alles macht, kann das natürlich noch entsprechend ein bisschen dauern. So und wenn wir das Ganze jetzt für die zweite Szene auch noch entsprechend mitmachen wollen, dann gehen wir hier natürlich an den Anfang und würden dann ja den Clip einfach wieder so mit raufziehen und dann haben wir natürlich den gleichen Text hier wieder, den Oculus New York Text, den wir gerade eben schon entsprechend geändert haben und das liegt natürlich daran, dass ich hier denselben Clip wieder verwende und wir haben hier mit der Bearbeitung in Master ja den Clip verändert. Okay, wenn ich jetzt also hier diesen Clip auswähle und auf Master gehe und das verändern wollen würde und das einfach mal in Oculus 1 umbenenne, dann wird das hier in der Vorschau geändert. Wir haben das entsprechend hier erfolgreich geändert, so wie wir das haben wollten. Allerdings wurde das dann auch hier vorne geändert und das wollen wir natürlich nicht haben. Und das Ganze muss man dann entsprechend umgehen. Einerseits machen wir mal die Änderung rückgängig und nehmen den Clip hier wieder raus und dann kopieren wir diesen Clip einfach mal mit STRG C und fügen ihn dann erneut wieder ein mit STRG V und benennen den an dieser Stelle einfach mal um, sodass wir die entsprechende unterscheiden können. Der Ordnung halber schiebe ich das Ganze auch nochmal in den Ordner mit rein und wenn ich den Clip jetzt hier auf meine Timeline mit raufziehe, man hat dann natürlich immer noch den Oculus Text. Allerdings, da es jetzt ein anderer Clip ist und ich hier dann entsprechend den Text bearbeite, in Tree with LEDs, dann wird das Ganze natürlich jetzt entsprechend hier geändert und wir haben das auch hier in meiner finalen Vorschau dann entsprechend alles wunderbar angepasst, so wie ich das haben wollte. und unser erster Text ist nach wie vor Oculus New York. Wenn man das Ganze jetzt häufig verwendet und viele Texteinblendungen in einem Projekt hat, ja, dann hat man hier natürlich leider auch sehr viele einzelne Clips, die letztendlich das gleiche Template wieder mit darstellen und ich hätte mir eigentlich gewünscht, dass das Text ändern keine Effekteinstellung auf der Quelldatei gewesen wäre, sondern wirklich auf dem Clip, den ich in meiner Timeline habe. Also letztendlich genauso wie Position und Skalierung einen Effekt, den ich entsprechend anpassen kann. Ich denke auch, dass sowas programmiertechnisch möglich sein, müsste, aber Adobe hat sich jetzt nochmal für diesen anderen Weg entschieden, also müssen wir dementsprechend damit leben und ich weiß noch, bei meinem New York-Vlog hatte ich dann 20 Mal denselben Clip letztendlich und wenn man dann mal vergisst, ein oder zwei umzubenennen, ja, dann wird das Ganze doch schon sehr amüsant, das Ganze wieder auseinanderzuklabüstern, um dann herauszufinden, welcher Clip sitzt jetzt wo in der Timeline. Ein anderes Problem, was mit diesen Text-Templates momentan noch besteht, ist, dass man sie nicht ändern kann und das klingt jetzt erstmal ein bisschen komisch, weil eine Datei kann man doch an und für sich ändern, wenn sie nicht schreibgeschützt ist, aber Adobe hat hier irgendwelche Magie im Hintergrund am Laufen, dass das einfach nicht geht. Man kann diese Datei nicht überschreiben. In der offiziellen Dokumentation erwähnt Adobe das mit keinem Wort, aber man kann diese Datei momentan nicht überschreiben. Ich weiß nicht, ob es ein Bug ist oder ein gewolltes Feature, aber es geht nicht. Wenn ich beispielsweise diesen Text in After Effects 2 jetzt nicht rot haben möchte, sondern das Ganze einfach mal in ein Grün umfärbe und das Projekt natürlich wieder speichere und das dann exportiere als Text-Template und hier mein bisheriges Template einfach mal überschreibe und das auch bestätige in Windows. Dann gehen diese ganzen Dialogfenster wieder alle auf, aber in Premiere ist mein Text immer noch rot. Da kann ich mich auf den Kopf stellen, da passiert einfach nichts. Es bleibt rot. Und auch wenn ich das Template wieder importiere, also wirklich hier aus dem Ordner nochmal erneut reinziehe, auch hier wieder auswähle, welche Komposition ich haben möchte und das einfach nur mal der Ordnung halber umnenne in grün. Und wenn ich das auf meine Timeline raufziehe, dann ist auch dieser Schnipsel noch rot, obwohl ich das eigentlich gerade eben aus After Effects als grünen Text exportiert habe. Ha, Adobe, was macht ihr da? Das ist nicht cool. Meine einzige Möglichkeit, dieses Template jetzt wieder zu ändern, wäre es wirklich komplett zu löschen und dann als neue Datei anzulegen. Das geht dann auch mit dem gleichen Namen ohne Probleme und auch Premiere hat dann nachher damit keine Probleme, weil das einmal irgendwie aus Adobes interner Datenbank wahrscheinlich gelöscht wurde. Keine Ahnung, was sie da machen. Aber es ist irgendwie ziemlich merkwürdig. Eine Möglichkeit, dieses Änderungsproblem zu umgehen, ist ganz einfach, dass man die After Effects-Komposition selbst importiert, weil auch das geht ja und wir können jetzt einfach mehr importieren und da es ja ein gesamtes After Effects-Projekt ist, was wir hier importieren, bekomme ich hier natürlich mehr Auswahlmöglichkeiten, wähle also meine Komposition aus und wenn ich die dann entsprechend auf meine Timeline ziehe, oh Wunder, oh Wunder, ich habe plötzlich einen grünen Text und wenn ich den jetzt einfach mal spaßenshalber in einen blauen Text umwende, dann wird das natürlich hier schon geupdatet und ich speichere noch nicht mal. Ich gehe jetzt einfach nur wieder zu Premiere zurück und das ist automatisch geupdatet. Alles wunderbar, genauso wie ich es haben möchte. Also, warum geht das dann nicht auch mit den Text-Templates? Ja, weil letztendlich kann ich auch hier meine Komposition auf der Timeline auswählen und kann dann auch hier in die Master-Einstellung reingehen und kann den Text hier entsprechend ändern und kann dann hier sagen, dass das Ganze ein blauer Text ist. Also, es geht ja. Und da stelle ich mir dann natürlich die Frage, okay, das Feature, Texte in Premiere zu bearbeiten, ist cool, aber wofür habt ihr dann entsprechendes Text-Template, was gefühlt gar nichts kann, ja? Ich meine, dass ich das nicht mal ändern kann, ist eigentlich schon wieder so blöde, dass das Feature-Text-Template komplett ad absurdum geführt wird, meiner Meinung nach. Aber gut, ich will mich an dieser Stelle aber nicht zu viel aufregen, weil das Feature, das man Artifacts-Texte in Premiere Pro entsprechend bearbeiten kann, ist tatsächlich aus meiner Sicht ein sehr, sehr hilfreiches Feature und ja, in den letzten zig Videos habe ich das eigentlich immer mitgenutzt und das macht meinen Arbeitsalltag für Video-Erstellung hier wesentlich einfacher. Das soll es denn hier an dieser Stelle aber erstmal gewesen sein für dieses Video. Lass mich mal wissen, ist das für euch ein nützliches Feature? Sollte Adobe da vielleicht noch ein bisschen weiter dran arbeiten, um auch die letzten Fehler noch irgendwie auszumerzen? Also, ich finde es auf jeden Fall gut, es ist sehr hilfreich. Und ja, wenn ihr dieses Feature in den nächsten Videos weiterhin sehen wollt mit Texteinblendung, klickt da oben auf Abonnieren oder schaut euch hier links und rechts noch zwei weitere Videos mit an. Einerseits den New York Vlog da drüben und da ist dynamischer Content, also fragt YouTube, was da erscheinen wird. Und ja, wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video wieder und bis dahin, macht's gut. Ciao.